Ich muss kurz meine Gitarre stimmen. Gary, Gary dämpft das. Hab ich euch schon Gary vorgestellt? Also, die Geschichte ist recht kurz. Hier waren wir am Vatertag hier im Haus Blühenhörster, haben die Väter gefeiert und plötzlich setzte sich ein Rentner zu uns und sagte, Mensch, ich mag auch Musik. Und wir haben uns lange, lange unterhalten und in dieser Stunde, zwei, fünf, sechs Stunden schätzen und lieben gelernt und wir haben ein tolles, tolles Mitglied gefunden bei Imperial Council. Er hat uns nämlich gezeigt, welche Stecker genau richtig wohl in welches Gerät gehören, dass da auch ordentlich, vernünftig Musik rauskommt. Und Gary ist ein festes Mitglied unserer Band und kümmert sich um das schöne Licht und um den grandiosen Sound, den wir jetzt in die Ohren trinken. Bis also, Gary! Bravo! Der Gary ist noch der Einzige, der im Einzelnen, der im Stamm steht. Wer hat's erfunden? Wir Spitzer hinterfassen! So, das heißt jetzt für den Gary, sonst würde ich ja noch mehr Geld haben. Also, genießt, genießt Carsten mit Sound of Silence. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020